Und auch Kuh. Das ging aber schnell. Wo liegt die Leiche? Ich vermute sofort, das ist zu schnell. Muss nicht. Ja, aber wo liegt die Leiche? Unten, wenn man von der Cafeterie runtergeht, den Norden, wo man die Kabel fixen kann. Storage also. Okay, also Storage. Okay, also Leute, die in Elektrical sind, sind nicht automatisch safe? Ich habe kurz eine... Ich habe kurz eine Frage an Satan. Warum bist du bei Navigation dort in dem Gang so komisch rumgerannt? Ja, weil ich am Essen bin. Ich habe nie auf das Spiel geachtet. Ah, okay. Ich war gerade in Speed in Navigation. In was? In Navigation. Ja, okay. Ja, ich wollte gerade reinlaufen, da hätte ich es sogar sagen können, ob es wirklich stimmt, aber... Okay. Wer von euch weinte, ich war in Elektrical? Ich war unterhalb Elektrical, aber ich bin noch nicht reingelaufen. Ich habe dich auch nicht... Wer von euch war mit mir drin? Du... Dann musst du ganz oben gewesen sein, weil ich... Ich stand halt mitten im Raum schon, aber ich war noch nicht oben. Aber man hätte schon den Pult, wo man... Liegt fix, also... Ja. Ja. Hexe war auch noch bei mir. Ja. Alpaka, schlag mal nicht das... Alpaka, hör mal auf jemanden zu der Sohlen. Ich... 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 Ich war... Ja, okay. Aber... Leute, also er... Er ist ziemlich sass. Äh, was ist Wolfi? Äh, warum? Der Hexerut. Warum ist er... Na wie? Er ist komisch gelaufen. Oh Gott, ey. Ich hab dich immer... Ey, du hast mich im Ganzen bin ich einmal ges... Ich hab doch gesagt, ich bin Navi. Trachtet. High five. Oh Gott ey. Speediesoss. Bis irgendjemand mal rausgevotet wird, soweit macht es noch. Hey, ja klar! Man sollte sich nicht selber roten. Was macht denn Alpaca? In der Tiefe Und das ist auch ... Lass mich gerade ... Der liegt rechts! Was hast du gesagt, Erik? Äh, ob er rechts liegt? Ja, er liegt da! Kann man das denn sagen ... Das ist ja ... da habe ich als letztes gesehen aber auch schwarz ich weiß nicht okay weil du warst gerade deswegen muss ich dass ein navigation war ist wo warst du gerade dir entgegengelaufen während du diese schilds tage gemacht hast ernsthaft habe ich gar nicht gesehen war ja ich war auch ich war auch blätter ausmachen und dann ist er dort geblieben und hat diesen knopf nach unten müll raus bringen gemacht und dann bin ich runter gelaufen richtung schild wo lag er in navigation bist du mir dann bist du dann kommst weg so weit kam ich nicht du hast es geportet als dann bist du aber nach unten gelaufen während entweder ich will jetzt keine falsche vermutung machen entweder bis gewendet oder du bist gerade runtergelaufen während das nicht reingegangen würden ein paar gar nicht aus mich geworfen also nach elektrisch rein ging wer war das stand jemand drinnen manuelle waren aber alpaca ist auch ein bisschen sass für diesen kinder kann doch jemand vorbeigelaufen bin ich weiß kann doch jemand gegen jemanden helfen nein ich kann keinen sehen ich war ganz alleine ich kann für den kill zwei leute das selben wir manuella und satan aber es bleibt nur noch fünf warum das trio der unter 14 jährigen grün rot ich bin auch ich bin unter 14 ich glaube mal beim baueln und blaugrün-rot ich werde es nicht geschafft werden so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Storage liegt eine Leiche, ähm, hellblau, Manuela. Storage, ja, dann kann es gut möglich sein, dass es Eric ist. Wieso? Weil Eric kam mir grad, äh, Dings, Blower Engine entgegen. Wo? Storage? Ja. Wer steht da gerade? Ich, ich steh grad in Lower Endle. Mittig, mittig Storage. Mittig Storage? Ja. Mittig, diese riesige Kasten. Rechts, unten, unten, unten. Unterhalb. Unterhalb. Also, ich, ich denke... Kann doch gar nicht sein. Es ist... Kann doch gar nicht sein. Es ist... Weil ich grad da war. Dann lauf ich... Warte, ich... Nein, jetzt mal ehrlich. Ich bin da, lauf weg, ich seh da unten keine Leiche. Ich geh zu Lower Endle, damit reported. Das kann nicht sein. Oder unten liegt die Leiche. Ne, das kann nicht. Ich, ich glaub, dass die, äh, dass die Pass, also, dass Manuela in Leitz gekillt wurde, weil Manuela ist aus Nav raus runtergelaufen. Warte mal. Ist aus Nav raus runtergelaufen und jetzt liegt sie in Storage. Also muss der kill bei Leitz, äh, gewesen sein. Achso, du meinst, als die Lichter ausgewandt. Und hab noch kurz bei U2 reingeguckt vorher, weil ich dachte, äh, ist ja häufig so, wenn, äh, wenn irgendwas, ähm, manipuliert wird, dass irgendwo auf der anderen Seite noch ein Kill gemacht wurde, um davon abzulenken. Dann bin ich zurückgelaufen und wollte zur Elektriker gehen, um zu gucken, ob da ne Leiche ist. Und beim Vorbeilaufen hab ich halt gesehen, Report-Button. Und sie liegt da mit dich im Raum. Also unterhalb des Kastens. Also, also von, von oben ist dir niemand entgegengekommen? Von, ist es mir gar niemand entgegengekommen. Dann muss es ehrlich sein. Aber man, man muss mich gesehen haben, irgendjemand war bei den Camps. Ja, ich, ich hab dich gesehen, wie du da in den Camps rumgetanzt hast. Wenn jeder sagt, dass ich es bin. Ich sag nicht, dass du das warst, aber du, du kamst aus der Richtung, oder? Ja, einfach mal aus der Richtung. Ja, so, gut. Ja, so, gut. Ja, offensichtlich. Ja, klar. Habt ihr zwar verloren, aber klar. Hallo, warte, warte, warte. Halt, ja. Halt, ja. Oder auch nicht. Ja. Hahaha. Ja! Spielen wir trotzdem? Ja! Ja... Ja... Okay. Ah, wahrscheinlich Miyago. Wo? Was? Kann ich erst mal sagen? Bowie kam mir in ein Alibi. Ich bin mit ihm zusammen reingegangen. Okay. Du hast ja gesehen, ich stand da rum und ich habe mir erst Gedanken gemacht, Bowie, als du kamst. Wo ist das? Warte, wo ist die Leiche? Navi. Ich glaube, ich habe den Wend gesehen. Aber es muss ja auch der Wend. Kurz eine Frage, weil da habe ich jemand Verdächtiges. Bowie, bist du gerade hochgelaufen? Bowie kann es nicht sein. Bowie kann es nicht sein. Er ist von mir. Ich habe die Frage nicht verstanden, weil jemand dazwischen geredet hat. Bist du hochgelaufen? Dann seid ihr direkt beide zusammen rein. Ich warte rein. Achso, ne, ihr kam von unten nach oben. Und Yago kam von oben nach unten. Ja, aber wir sind zusammen rein. Und ihr seid beide zusammen direkt rein. Ich kann Yago für Vrakas ausschließen, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich Skyro drehe. Ich habe eine Frage an Dragan. Dann müsste es eigentlich Hexe sein, weil Hexe ist... Aber warum? Warte, warte, ich habe eine Frage an Dragan. Jetzt warte doch mal. Lass doch mal Dragan jetzt aussprechen. Hexe ist mir in Shields... Also ich bin mit Hexe gekreuzt in Shields. Er ist nach oben. Ich bin weiter nach links weg. Bowie ist mir dann bei Coms entgegengekommen. Und Bowie ist dann rechts weiter deswegen. Aber Hexe ist an mir vorbeigelaufen. Hexe ist an mir vorbeigelaufen. Ja. Also ich denke schon, dass es ein Vent von oben oder so. Oder von unten. Shields kannst du abdecken? Nee, nee, ich bin jetzt gerade... Warte, wo bin ich gerade? Stowage. Ja, ich bin gerade Stowage. Ich habe einfach eine schnelle Frage an Dragan. Was war dein... Jetzt, ja. Was war dein erster Task? Meine erste Task... War es Trash oder war es Download? Trash. Okay, gut. Das war mein einziges Task. Weil du bist vor uns weggegangen. Und... und... Download ist eine... Ja. Aber ich konnte nicht sehen, ob es Trash war. Okay, gut. Ich glaube, ich kann auch Bowie clearing. Weil ich hatte downloaden... Nerv. Ach, gut, dass sie mit ihm zusammen reingelaufen sind. Ah, das ist ja unangenehm gewesen. Nur eine Zahl finden. Drei Dinge. Hexe. Drei Dinge. Drei. Und... Vielen Dank. 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 Ja, Diego. Bye. Bye. Wir sind 8? Was macht denn Baui da? Warum? Du! Ich dachte wir sind 9. Du! Ne, wir sind 8. Ich dachte, hättest du weniger TAS machen sollen. Ich bin 11. Ich bin 11. Ich bin 11. Ich bin 11. die runde ist echt ein bisschen bescheuert ja acht personen und dann die länge das ist immer du machst zu schnell auf start gut dass der kinder nicht getötet hat wirklich aber wie also ich habe ihn bei medbay noch gesehen und ja und dann bin ich zu den kameras gegangen und dann bin ich jetzt gerade richtung elektriker gegangen weil ich so ein bisschen verloren war ja und dann habe ich ihn dort gesehen und dann dachte ich ja ich war rechts mit irgendjemand anderes ich glaube mann hier oder mann jeder war schon ein stück weiter vor ist auch bei den kommenden mann jeder hat aber auf jemand gewartet im z-gang das fand ich ein bisschen seltsam beziehungsweise ich habe gerade noch sein name gesehen wie herunter lauft ich bin nämlich auch selbst gerade runtergelaufen wollte ihm eigentlich in der herrn habe ich gesehen scheiß ich wollte doch ein auto wegen mein task also warte mal warte mal das sind ganz viele recht jetzt ja ja noch nicht ich hexe warte weapons warte mal hexe war hexe habt ihr hexe gesehen ich habe am anfang das um in weapons sehen dann wollte ich runterlaufen gegen alama bin ich wieder hochgelaufen und jetzt stehe ich in weapons ich schätze dass der kill frisch war also hat jemand am ende wart ihr alle ja dann bleibt ja nur niago ich ja wo ich hexe skyro und c war oder also so würde ich sagen ich war in comms also ja wo genau war es hekel ich war in reaktor am elektriker ganz oben also an der ecke rechts da schafft man es auch bis zu den comms warum hast du es für mich gewählt manuel weiterhin gut lag wir brauchen noch jemanden 18 ist ein bisschen wenig wir brauchen noch ein bisschen mehr wir brauchen noch mal in deiner Ich wollte gerade noch sagen, wenn da jetzt eine Leiche liegt, ist es Skyro und Skyro ist tot. Skyro, ich bin mir ganz sicher. Oh, lass, Ticket ist auch da. Ja, ich habe gerade mein... Warte, bist du von unten gerade reingekommen? Hä? Nein, ich war gerade oben. Wo liegt denn die Leiche? Ich habe es nicht gesehen, ich habe einfach Report gesehen. In Electrical vor dem Leitz. Deswegen frage ich mich gerade, von wo kam Ticket? Ich war ganz oben, ich habe gerade meinen Daumen... Und du warst, oder was? Ich bin gerade eben, bin ich runter zum Müll rausschmeißen. Hab gesehen, Skyro läuft gerade Richtung hier, Richtung Leitz. Bin ihm hinterher, dachte mir wirklich, wenn jetzt jemand tot ist, ist es Skyro. Ich gehe hin und Skyro ist tot. Ja, aber guck mal, wenn Tee oben war, dann hätte er auch wegwenden können. Aber warte mal, Fragas ist auch tot. Ja. Ich bin gerade in Camps. Aber ich habe nichts gesehen. Also ja. Wo Fragas gibt es keine Ahnung. Waren die Camps an? Wie lange warst du an den Camps? Nicht lange, paar Sekunden. Weil ich wollte gerade sagen, weil ich bin an Camps vorbeigelaufen, die war nicht an. Also so. Ja, ich war nämlich zuerst abhängen, habe Benzin aufgefüllt und dann bin ich Camps für drei Sekunden und dann kam der Report. Du warst, Manuela? Ich war bei Weapons, nur mal so als nebenbei. Ja, Michael war dort, wo man die Karten einzutritt, ich war gerade, dass man downloaden. Also ich vermute irgendwie, dass Ticket den Kill gemacht hat, wollte gerade hochlaufen, hat mich gesehen und hat reportet. Nein, nein, ich habe gerade, ich hatte vier Tasks in Elektro-Ticket. Aber Ticket war davor aus, ne? Ich skippe, ich skippe, ich bin es nicht. Warum? Wir müssen noch nicht wohnen. Warum müssen wir noch nicht wohnen? Wir haben zwei Imposter. Ups. Tum-Titum. Oh, da. Ich wollte auch gerade drauf drücken. Ich gehe auch. Gar nicht gecheckt, dass wir zwei Imposter haben. Ja, wir müssen voten, wir müssen voten auf jeden Fall. Ganz kurz habe ich jetzt eine Frage an Manuela. Wer hat denn das Licht ausgemacht, äh, das angemacht? Ich habe es angemacht. Bist du direkt zu Leitz gelaufen? Nein, ich habe es den Donut noch schnell fertig gemacht, in Atme, und dann bin ich runter zum Elektro-Konferant. Ich habe das Licht angemacht. Ja, okay. Ich bin da auch gerade runtergelaufen, deswegen. Wie gesagt, ich vermute immer noch, dass es, ich vermute wirklich, dass es Ticket war. Ja, aber er hätte uns killen können. Er war halt auch in der letzten Runde saß, ne? Ja, aber er hätte uns killen können. Ich glaube, das Licht war so lange aus. Es waren keine 35 Sekunden rum. Er stand direkt an mir und er hätte mich, ähm... Ja, aber wie gesagt, es waren keine 35 Sekunden rum. Ja, jetzt der Q-Done war noch hoch. Wir sind... Ja, okay. Lass es fahren. Weil Manuela hat wirklich recht, was sie gesagt hat. Sie ist auch erst zum Upload. Wir sind runter, Upload, 8 Sekunden, bedeutet 10 Sekunden ungefähr verstrichen, sind dann runtergelaufen, Elektrical. Dann ist es ein Jago und Ticket, weil ein Jago deckt noch Ticket gerade. Nein. Nein. Ich bin auch der Meinung, dass Ticket... Aber jetzt gerade hätte er uns killen können. Ich habe da vorgedacht, es ist Ticket, aber ich war mir nicht sicher, weil ich... Ich... Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer das Zweite sein soll. Und... Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich Manuela einen Verdacht. Aber Manuela hat das Licht jetzt angemacht, hätte sie nicht machen müssen, wenn sie... Und Ticket stand halt in mir drin, du hast draufgedrückt, ich... Aber wer soll denn der Zweite Imposter sein? Wenn Drängen der Erste ist, dann passt es eigentlich nicht. Was, wenn ich der Erste bin? Ich mache es mal Manuela. Wenn ich der Erste bin? Ja, wenn du der Erste bist, dann passt es nicht, weil niemand der Zweite sein könnte. Warum soll ich der Imposter sein? Ja, warum soll ich sein? Weil ich alle anderen so unschuldig empfinde. Oh Mann ey, das ist ja echt krass. Ich hätte nicht draufdrücken sollen. Das habe ich nicht mehr. Das ist blöd. Ich kann es nicht gewinnen. Oh Mann. Ja, ne, ja, gut. Wo lag die Leiche locker oben, bei Weapons irgendwo, oder? Nein, Admin. Ja, da war Weapons. Vorher. Ja, dann bist du gewendet, aus Admin raus. Kann man da hinweißen? Ja, in den Z-Gang. Nein, kann man... Warte, warte mal, warte mal, Niago, du warst... Du warst Weapons? Na, du bist... Du bist auch Weapons gewesen und da bin ich vorbeigelaufen. Du müsstest mich gesehen haben. Bei Niago? Wo warst du jetzt gerade? Jetzt bin ich bei Reaktor gewesen. Hä, du bist... Nee, Moment, nee, Hexe war oben, oder Reaktor? Ja. Ich bin mit Hexe rübergelaufen. Ja. Ich bin einmal nämlich unten rechts, bin bei Schieres, habe ich den, äh... Habe ich diesen Strom gegeben, bin dann oben lang... Ich bin so verpeilt, ich habe halt keine Ahnung, ich halte euch beide für unschuldig, deswegen wurdet mich ruhig, das ist egal, dann ist die Hunde vorbei. Weil ich habe auch keine Ahnung, wen ich wohne. Weil ich habe halt überlegt, zurückzulaufen, um zu gucken, ob da eine Leiche lag, weil da Reaktor angekommen ist. Ja, aber ich bin doch gar nicht da gewesen, ich bin doch an Drecken vorbeigelaufen bei Weapons und dann ist Reaktor angegangen und dann bist du hinter mir gewesen, Drecken. Du müsstest mich decken können. Ich habe dich nicht gesehen. Du musst mich gesehen haben. Ohne Spaß. Du standst bei Weapons. Woher soll ich denn das wissen? Ich bin Weapons durchgelaufen. Okay, obwohl ich hätte auch unten bei Ding raufgucken können, aber ja... Ich bin Weapons dann durchgelaufen, bin direkt wieder unten rein und atmen. Ja, du musst... Ja, aber ich bin dann oben mit... Ich bin am Weapons vorbeigelaufen, dann müsstest du mich gesehen haben. Dann war Hexe, der kam von unten. Und dann sind wir zu Reaktor gelaufen, oder Hexe? Sorry, Hexe. Woher kamst du? Vorher? Vorher kam ich von unten hoch und da stand Manuela am Up-Panel. Ja, und wenn du von unten hoch kamst, dann... Oben hast du mich getroffen in der Cafeteria. Gut gekämpft, gut gekämpft. Oh, es war einfach niemand mehr da, den ich mich schweigen konnte. Aber er ist wirklich von unten gekommen. Gut gemacht. Nyago, ich habe das total scheiße gespielt. Ich sollte runtergehen und scheiße mit den Lichtern machen. Ah, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Können wir nicht die Lobby wechseln? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wo? Nein. Die Leiche liegt in Electrical. Immer Bowie. Also vor Electrical, vor der Tür. Ich war gerade mit zwei Leuten. Ich glaube Manuela und Skyro in Nav. Ich glaube, sie sind alle clear für diese Kill. Ich bin gerade Starred schon, die es den Müll rausbringt im Ding. Wenn du noch ein bisschen gewartet hättest, hätte ich sogar gewusst, wer es ist, weil derjenige einen Security reingewend hat. Okay. Okay, es war an dem ganzen Anfang, da war ich mit zwei Leuten Matt Bay. Das war Ray Ray und... Ja, ich bin raus, weil ich irgendwie ein bisschen aufs Handy geguckt habe und dann auf einmal gemerkt habe, ey, die Runde geht ja los und ich bin einfach irgendwo hingerannt. Er ist Matt Bay rein und auch ohne was zu machen direkt wieder raus. Ja, ja. Er ist dann in Admin rein und hat Dings gemacht. Karte. Karte, genau. Ja, ich bin von Matt Bay, bin ich direkt Richtung Webpens. Wer war noch Matt Bay? Matt Bay war nur zwei Punkte. Ja, wobei... Es muss einer bei dir gewesen sein, ja. Ray Ray ging ja raus und einer kam rein. Nee, er ist noch raus. Weißt du noch, wer das war? Nee. Ich kann mir nicht mehr merken, was ich heute Mittag gemacht habe. Also entweder du sagst jetzt, wer du bist, oder du bist sofort da. Das habe ich nicht gesagt, Bowie. Du kannst ja auch machen nach dem ersten Boot dort drin. Also wenn er sich so ausschweigt, würde ich sagen, er ist Impostor, definitiv. Welche Farbe waren ich da? No joke. Okay, ich... Ich war's auf jeden Fall nicht. Tick über Hexe, wann das war ich. Ich war's nicht. Ich war... Ich war NAB. Ich war NAB. Mit Skyro und Manuela. Im doch Hexe, ja. Tick hat ja gesagt, er ist gewendet, ich steck' auf die Frau, ich schon weg. Bei dem Mörder... Ja, Kino. Ich dachte, Kino. Ja, ja. Ich dachte, Kino. Ach so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gerade hochgegangen von Trash, ganz unten im Storage. Es ist im Laufweg von Coms zur Electrical. Es war... und ich habe Skyro vorher in der Nähe gesehen, aber ich bin nicht sicher. Warum bin ich eigentlich immer in der Nähe von den Kills? Hm, würde ich mich mal auch fragen. Also, wo genau ist der jetzt der Kill? Ich habe das jetzt nicht im Kopf zusammengefasst. Im Hallway zwischen Coms und... nein, so, so, weißt du, die Eingang von der Hallway von Coms zur Storage. Okay, und wie denkst du... Weißt du, in dieser... in dieser Tour, die von rechts, äh, Storage nach Coms geht. Like, dort. Wo war er? Ja. Ich war Electrical. Ja, ich meine, Skyro war in Admin und er ist auch runtergegangen. Wen hast du überhaupt gefunden? Ja, ich glaube, Autos. Ich habe Rackers. Tomisch war. Äh, okay, Dragon ist auch tot. Wo war Dragon? Wie alt ist die Leiche? Nein, echt neu. Ich habe gerade gemacht werden. Ich habe Virus noch gesehen und hab dann unten da die Kabel gemacht und auf einmal, wo ich ganz fast fertig war, ist er tot da gelesen. Ah, ich habe vergessen. Ich habe das jetzt mal gebrot. Also, Ding. Ich mache es ab jetzt. Also, Ticket, was denkst du, wie alt ungefähr die Leiche ist? 15 Sekunden. Vielleicht weniger. Okay. Na, aber ich muss wahrscheinlich weniger. Rary, kann mich decken. Da kann Rary mich decken, weil ich war gerade in der Höhe von Reaktor, äh, dann bei den Camps, da habe ich Rary an den Camps gesehen und dann bin ich nach unten gelaufen, dann erst. Ach, Hexe. Und ich Hexe, Skyro. Ich will nur sagen, Jago ist von Weapons runtergelaufen und, also eventuell, wenn sie, wo lag der, Dings, dann könnte sie eventuell Richtung Weapons gewandet sein. Sie ist eben in O2 reingelaufen. Nein, danke. Sorry, dass ich rede, obwohl ich tot bin, aber Ticket, du musst wirklich aufhören, immer wieder direkt zu warten. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Was war das denn? Dann warst du, dass der das bei mir nicht mehr runtergelaufen ist. Können wir noch mal kurz in der Vorrunde sagen, ich stand da halt die ganze Zeit im Weapons, ich hab zuerst die Dinger abgeknallt und dann hab ich den Download gemacht und jetzt wurde mir gesagt, am Ende, den letzten paar Sekunden wurde mir dann vorgeworfen, ich hätte ja von unten wenden können. Es sind mehrere Leute vorbeigelaufen, ich weiß leider nicht mehr wer, aber kann es jemand bestätigen, dass ich die ganze Zeit bei Weapons stand? Also ich stand da so lange, ich hab zuerst die eine Quest gemacht, Skyro war da oben, oder? Skyro, hattest du nicht auch den Donut oben gemacht? Ich war anscheinend überall, ich war am Anfang der allerersten Runde war ich in Weapons, aber nein, später nicht. Ich wurde nur von Ray Ray gesehen, gegen Ende, weshalb mich gegen T's Vorwurf eigentlich beschiss worden bin. Aber ich flieg eh raus, weil ich hab gerade Lestarius killen sehen. Ne, wieso? Ne, dann Lest ist das dann. Ja, ich hab Lestarius, ja eben, ich flieg raus aus den Schuldigen. Ja, ja, aber was ich eher meine, wer hat dich denn gesehen, der gemeint hat, er hatte dich bei Storage vorbeilaufen sehen? Ich hab das... Ticket! Die Stimme kann ich noch nicht so... Okay, dann... Ticket, das war Ticket. Und Ticket ist jetzt tot. Äh, Niago, ich hatte ja nur... Ich hatte halt nur gesagt, dass du halt in der Theorie hättest wenden können, weil... In den letzten paar Sekunden, dass ich nix sagen dazu konnte. Mich hätten so viele, es sind so viele vorbeigelaufen. Irgendjemand muss mich ja gesehen haben. Ja, aber ich kam halt nicht zum Reden, weil die ganze Zeit gegen irgendjemand anderen geschossen wurde. Sie sagt, ich wollte es halt nur nochmal anmerken, ja. Du hättest ja instant den Emergency Button drücken können, um da nochmal... Wollte ich, aber dann ging ja der Alarm an. Ging nicht das Licht aus? Ja, mein ich ja. Du kannst ja nicht drücken, wenn der Alarm an... Ja. Danke, Les. Bitte, bitte. Les. Mann, Les. Es geht mir so auf die Nerven, dass ihr mir meine Pläne kaputt macht. Ich hasse das. Ich hasse das. Wir brauchen eine Liste, wo einfach steht. Jetzt hör auf, mir meine Kills kaputt zu machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Wir brauchen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann discs nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einfach nur etwas anderes auf der Alarm kann. Liste zu sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alles regeln bei uns! Nicht Dinger benutzen! Ah, ich hasse das, wenn jemand... Du kannst kein... Wenn du tot bist, bitte nicht mehr Reaktor oder so machen. Du kannst die Türen nicht mehr.